Der Umschalter S1 befindet sich am Anfang und S2 am Ende eines Flures. In der Animation ist die Netzspannung von 230 Volt durch eine Batterie ersetzt. Angenommen man möchte von S1 aus die Beleuchtung einschalten und S2 befindet sich in Schalterstellung D, so muss S1 nach B umgeschaltet werden. Für den Fall, dass S2 sich in Stellung C befindet, ist die Beleuchtung mit S1 ebenfalls ein- und ausschaltbar. Wie man leicht erkennt, ist es auch vom Flurende, also mit S2 möglich, unabhängig von der Schalterstellung S1, die Flurbeleuchtung ein- und auszuschalten. Im Folgenden wird die Laufrichtung von Personen, die die Beleuchtung bedienen, simuliert. Vorgenden wird die Beleuchtung der Kabbalde Town in St. Das war's für heute.